Fantreffen Josef und Aromol heute Abend in Bernau. Wie kommen die beiden denn rüber? Sehr gut, top. Also eine Stimmung, die zwei immer grünzen auf die Lippen. Einfach top die zwei, so eine Spitze. Die kommen super rüber. Ja, sympathisch und normal. Bauer Josef ist wirklich unser Topstar. Also wir sind extra für einen gekommen. Wir kommen von Meitenbeet, also in der Nähe von Haag. Und wir sind extra 50 Kilometer gefahren, nur um Josef und Aromol zu sehen. Und also wir sind echt begeistert von ihnen. Wir waren sogar schon mal bei Bauer Josef zu Hause. Wir haben ihm einen Kuchen gebacken. Also das war so ein Kuchen mit so einer Kuh oben aus Puderzucker. Und er hat uns dann zum Essen eingeladen und war super. Und jetzt hat er uns wiedererkannt. Und heute haben wir ihm sogar ein Geschenk mitgebracht. Ein Ei. Sehr sympathisch, nett, aufgeschlossen, ganz natürlich. Ziemlich gut. Es ist natürlich was anderes, als man es live erlebt, als man im Fernsehen. Weil es ist einfach so, dass wenn man sie live sieht, dann ist es einfach überzeugender. Also man glaubt es jetzt nicht so direkt im Fernsehen. Man glaubt einfach, dass es vom Drehbuch her so bestimmt ist, dass sie irgendwie besonders agieren oder so. Aber hier sieht man einfach, dass sie wirklich so sind. Passen die beiden gut zusammen? Josef und Aromol? Ich find schon. Also es sind zwar krasse Gegensätze, aber ich würde sagen, dass das passt.